Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable mit der May North Cake hier neben mir. Wir machen heute ein Championat zusammen, aber eine kleine Challenge. Und zwar werden wir versuchen, nicht zu springen. Genau. Und ich glaube, das wird auch ganz schön schwierig sein. Ja, das glaube ich auch. Ja, das letzte Mal haben wir auch ganz schön gefällt. Mal gucken, wie es dieses Mal wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe auch, dass wir es schaffen. Aber eigentlich dürfte ja hier ein Silverglade nicht sein, wo man nicht vorbeikommt, wenn man nicht springt. Eigentlich schon. Ich glaube, wir können ja einen Ersatzsprung nehmen, falls wir überhaupt nicht mehr darüber kommen. Ja, genau. Genau, einen Ersatzsprung hat jeder frei. Das ist doch auch eine gute Regel. Okay. Wollen wir uns dann gleich wieder treffen, wenn die Gruppen eingeteilt worden sind? Ganz genau. Dann geht es gleich los, würde ich sagen. Genau. Bis gleich. So, die Gruppen wurden eingeteilt. Ich bin in Gruppe 1 und Windy ist in Gruppe 2. Das heißt, wir sehen uns leider nicht. Aber wir können das ja trotzdem separat sehen. Genau. Das ist, glaube ich, auch echt interessant. Ja. Also, ich werde nachher auf jeden Fall in dein Video reinschauen. Ich werde auch bei dir vorbeischauen. Ich habe meine Shempi-Sachen auf jeden Fall drauf. Und jetzt geht es auch. Ich auch. Aber ich habe echt das Gefühl, so ein bisschen, dass meine Friese ein bisschen lahm ist. Oh, bei dir geht es los, habe ich gehört. Ja. Ich hoffe, es leckt gleich nicht so. Und nicht springen. Okay, nicht springen. Ich muss mich ja darauf einstellen. Genau. Also, am Anfang geht das eigentlich noch ganz gut. Ach ja, was ist denn mit der Anfangsspring-Dings? Da muss man so am... Du kannst ganz links vorbei reiten. Okay, ich bin drauf zugelaufen. Und voll gegengepfeilt. Also, springen ist nicht möglich. Ähm, hast du gerade nicht so... Bis hier... Oh nein. Oh Gott. Oh, das ist ja echt schwierig, nicht zu springen. Aber auch mein Hund schreit. Es geht aber vorbei. Okay, ganz langsam. Ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Zwölf Sekunden. Ja, man hat hier gut Zeit. Ja, das stimmt. Nimm die Finger weg davon. Oh, umrum. Oh, gerade hat es einen Leckanfall. Uh. Ja, jetzt. Ich habe noch einen Leckanfall. Okay. Ich muss mich echt zusammenzuseißen. Nicht zu springen. Sound. Achtung. Oh, oh, wo muss ich denn hier sein? Oh nein. Nein. Also, ich bin gerade schon auf dem Feld. Okay. Ich bin jetzt beim Schloss. Ich laufe jetzt zum Schloss hoch. Hallo Schloss. Guten Tag. Guten Tag. Na, wie geht's? Schon lange nicht mehr gesehen. Oh, hier ist ja auch so eine blöde Barriere. Na ja, quasi. Ich laufe immer gegen die Barrieren. Ja, ja. Ich glaube, da muss man es auch. Oh, 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 oh. Ein Baum. Also, das bei den Kühen müsste auch klappen, ja. Könnten rein theoretisch auch nichts dabei davon früher machen. Ja. Außer, dass sie halt überall gegenlaufen müssen. Das reiht mich jetzt nicht durch. Ich glaube, ich bin sowas von Letzte. Ich bin's Zwölfte. Zwölfte, cool. Ich habe jetzt kein Interface gerade an. Ach so, du musstest immer aus, ne? Ja. Aber ich glaube, ich bin Mega-Letzte. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Nur noch eine Minute. Und dann ist das dann vorbei. Und wo bist du schon? Ich bin jetzt auf dem Feld. Oh, ich bin im Ziel. Los, lauf. Es kommt... Oha. Das ist halt echt blöd, wenn man doch gegen die Barrieren kracht jedes Mal. Das kostet Zeit. Das stimmt. Aber ich bin nur einmal irgendwo gegengekracht. Also, es geht. Es ist möglich. Habe ich jetzt nicht so erwartet, dass das so einfach ist. Ja. 49 Sekunden. Los, lauf. Oh Gott, wie soll ich denn da hinkommen? So, einmal hier sein. Ja, okay. Bist du gerade bei den Kühen? Ja, ich bin jetzt an den Kühen gerade vorbei. Sehe jetzt die Schafe. Bin jetzt hier bei Landon vorbei, wo der steht. Um Wasserturm. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Nein, wirklich nicht. Oder schaffe ich es noch? 16. Doch, ich schaffe es noch. Ich schaffe es noch. Yay. 13. 12. 11. 10. 9. Geschafft. Oh, das war aber knapp. Ich bin Platz 11. Krass. Wow. Cool. Ich habe gar nicht geguckt. Ich glaube, ich bin auch Platz 11 oder 12. Okay, es ist also möglich, nicht den letzten Platz zu machen, auch wenn man nicht springt. Ja. Bist du denn? Bist du denn? Bist du denn? Ja, habe ich nicht erwartet. Ich bin auch nicht. Ach, da bist du. Hi. Bei dir backt es wieder so ein bisschen. Bist du gerade stehen geblieben? Ja, ich bin stehen. Ich stelle mich neben dir. Ja, okay. Ja, cool. Cool. Habe ich nicht erwartet. Ne, ich auch nicht. Ich habe echt gedacht, ich feile jetzt. Also, ich finde die Show eigentlich ganz cool. Ja, die ist eigentlich echt cool. Ja. Vielleicht müssen wir das nochmal mit einer anderen Strecke demnächst machen. Ja. Oh, da kommt ein Riesen-Uhrpferd. Ja. Verdeckt alle. Beide Uhrpferde hier bei mir. Oh Mann. Ich glaube, mein Laptop überhitzt dich gerade. Oh je. Okay, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für das tolle Championat. Hat mir echt Spaß gemacht. Müssen wir wiederholen. Ja, unbedingt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.